Das war ein guter Anfang. Das ist daneben. Sehr schön. Uff, gerade noch ausgewichen. Der ist doch schon tot. Nein! Der war doch schon tot. Der war doch schon tot. Es wird wieder rumgedanzt. Satz ihr bereit? Jura tanzt. Das kleine Ding wird mich wahrscheinlich anspucken. Fertig mit dem Tanzen? Okay, gehen wir uns das Ding da unten holen. Oh, das hat mich erwischt. Verdammte Blutgeile. Ein fetter Boss hier noch. Bevor ich abhaue zur nächsten Mission. Uh, ein Haus. Was gönnen wir uns? Was gönnen wir uns? Ich sehe eine Eidechse. Das ist schon mal nicht cool. Das Ding ist tot, wie fast bei uns ist. Zu stark sind wir schon. Nice. Nice. Das gefällt mir. Das Haus wird noch gegönnt. Dann werden wir schauen, was weitergemacht wird. Das Spiel gibt es gar nicht wirklich. Das Spiel gibt es gar nicht wirklich. Uah. Was ist das fettes? Bergproll. So viel Muni habe ich doch nicht. Es gibt gar keine radioaktiven Zonen oder Giftsonen. Und ich habe eine gesehen und das war die Mine. Sonst war alles giftfrei und radioaktivitätsfrei. Nichts mehr. Der nächste Pass erwartet schon um der Ecke. Mal einen Sockel reinhauen in meine Waffe. Dann kommt das alles hier weg. Was? Ist doch gar nicht so schlimm. Das Viech da draußen. Da waren wir doch gerade. Glitschen. Alles. Im Haus drinnen. Du darfst nicht zuschlagen. Nein. Böser Beißer. Wird doch nur Besteck looten. Wird doch sicher ein Bett hier sein. Aus dem Weg. Aus dem Weg. Ach. Ich dachte kurz eine Waffe. Da ist wieder wer tot. Wurde zerbeißt. Wurde. 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 Das passt schon alles nicht. Wurde. Größer als 5. Okay. 5. 5. Yeah. Hey. Geht doch. Mag dem Raster. Karl haben wir uns verdient. Nicht geschlafen. Auch nicht. Wo sind wir auf der Karte. Hier ist ein fetter Krater. In die Richtung ist das. Genau da rüber. Eisnusszone. Uh. Teleporter. Gut, dass ich weiter geschaut habe. Das sind Feinde. Ganz sicher. Alter. Sehr redu. Dir bringe ich ... Parantiere bei. Verflugte Marde. Das war's. Jetzt Mal. oi da kann ich da mit Waffe rein oje raus hupfen Lira hat den Schlag für mich eingesteckt ok machen wir schnelle Sache doch ich dachte ich kann ausweichen die haltet sogar viel aus ich hab meinen Armbrust auch mal abgecreate in letzter Zeit hat nicht viel gebracht das hat sich gerade selbst hochgejagt oh Gott typisch Bandit nicht der hellste Stern oh level up bin ich schon overpowered nur vergiftet zufrieden mit deinem eigenen Leben kein Gegner vergiftet wo ist der Typ der sich selbst gekillt hat komm schon oh die trifft sogar ziemlich gut das hat Schaden gemacht ja geht aufs Mädel oh guter guter Tret geht doch ich werde da sicher ein Bett finden wo ich schlafen kann damit ich den Schaden runter schlafen kann sie stört nur weil sie vergiftet ist ah ja das waren eigentlich ziemlich viele was haben wir hier beschädigt am Pflaster das war ein Troll das heißt wird geschlafen und wird sie auch ein bisschen geheilt ist sie leidet noch immer sie leidet noch immer sie überstanden nein hat sie nicht da ist eine Mine vielleicht kann ich ihn rein locken ich glaube der mit Myra die läuft selber hinein in die Mine machen wir machen wir den weg einfach alles in die Po ganze Schrotladungen naja ist jetzt nicht ganz überlebt erst gleich wenn ich da noch herumrenne die Erkundungspier hat mich gefressen jetzt hat er mich erwischt der Bergtroll macht nichts aber der kleine verseuchte zerlegt mich nein Myra hat nur zugeschaut damit sie da auch ein bisschen helfen kann ja schau sie hilft jetzt aber wenn sie nicht nur zuschaut gehts ja steht da einfach alleine rum warum schaut sie nach Entboss aus naja haben wir noch hier was dagegen da sind ein paar kleine Monster die ich natürlich zerlegen muss oi ich glaube in Richtung Turm hier drüben ich kann nicht schießen den Kascher die fliegen gut da haben wir wieder ein Bett ja haben wir wieder ein Bett gefunden das ist gut wie viel Schaden genommen das ist nur eine Matratze da kam ein Koni anscheinend nicht schlafen drauf eigenes Grab geschaffelt bitte keine Matratze du darfst leben interessantes Gebäude sieht nach Ritualen aus das war das war's jedoch mach ich mal sowas ich weiß nicht was mich da unten erwartet aber ich hab Interesse mal dazu schauen was die so machen dass so ähnlich sind wie die Düme da ist schon mal ein Vetter da ist auch irgendwas wer ist tot wuhu das macht vielleicht Schaden anscheinend tödliche Gefahren lauern hier you don't say wer hat der dich denn getroffen solange wir noch Schottgang-Money haben ist keine Gefahr während ich fast sterbe glaub ich ein paar Chili-Sachen die mir ein bisschen mehr Leben geben sollten der stirbt bevor er bei uns ist passt, 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 passt ich denk was fettes ist an der Ecke unser Ecke wieder Säuner gut schottmachbar aus ich hab noch keine Ahnung was mich erwarten wird aber es schottmachbar aus besser anschießen kann nichts machen hier was ist das für ein Ding oh je jetzt haben wir die fetten Gegner angelockt interessante Sachen die der macht oh je das ist echt ein fetter Gegner ich spiel ne Glitcht wenn dann oi Mist Mist sonst sind wir mal los geworden, da ist er wieder ausweichen oje krass mädel, gut für mich der scheint Schaden zu machen ok kann ich speichern, jawohl die Spinne habe ich zum Klitschen gebracht natürlich habe ich das dann fast wird wieder Zeit lehnen uns zurück genießen diesen epischen Kampf oh doch sicher nur eine Minute ah sie geht rauf oder eins hat sich anders überlegt schon komm hau rein da mal hey guter Tritt ok es ist noch einmal gekitscht es ist jetzt nicht ruiniert oh holen wir die Shotgun lieber macht mehr Schaden was was fällt denn da hinten noch um oh ok weiter Richtung setz das Ding da drüben irgendwas anderes interessantes hier ok ich bin zumal ich bin warte im schon Dann gehen wir mal reinschauen, was da drinnen so los ist, auf das Eidechsen, ob ich rein kann, gar nicht, uh, solange ich noch shotgun money habe, habe ich Vertrauen, dass ich da durchkomme, wenn die shotgun money leer ist, dann wird es schwierig, aber in der Zwischenzeit da ist der Szene Shotgun, sodass ich mich nicht vergibten lasse zu sehr, gut ausgewichen, ich bin jetzt hier drinnen, mein erster Turm, oh je. Das Wortisch. Oh, was soll das Gott? Backpedaling. So, machen wir den Schaden. Schönen Gänger stunnen. Okay, nett. Zweimal, ich habe mehrmals verfehlt, oder? Schönen Gamer, der Myrra ins Sicht putert. Dann gibt es eine Schelle auch noch. Das war's mit dem Mädel. Nice, 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 nice. Gute Arbeit, Team. Auch so ein Experiment wollte sich sicher auch nicht einlassen. Wenn ich da mit mittleren Heildrängen rumrenne. Ich verstehe ihn wohl da für die Lilla. Ich weiß sowas. Eben. Nö, 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 nö. Nö, 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 nö. Letzten Riegel. Ops. Steams benutze ich sowieso fast nie. Muckgefuck auch nicht. Rückkäse. Könnte ich schon fast verkaufen. Zu wenig macht er. Dafür da drin gibt's dann Wendern Mega Loot. Ich brauche die Loot. Alle Loot. Oh je. Da hab ich nichts mehr. Hm. Wo hab ich da noch was bei Raketenwerfern? Ich glaub das hat mich schon gesehen. Nö, okay. Gut, 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 gut. 68, 12 Schuss. Schaut schlecht aus. Schaut schlecht aus. Da hätte ich noch was, aber da. Die Stärke werde ich nicht zusammenbekommen. Nein. Werde ich nicht. Okay. Granaten, Granaten. Die haben wir ja noch. Das macht Schaden. Das ist gut. Sehr schön. Ich bin grad noch ausgewichen. Der ist doch schon tot. Nein. Der war doch schon tot. Der war doch schon tot. Ah, wo ist Stahlhaut? Da nehmen wir mal die fetten Sachen mit. Die Granatentaktik hat auf jeden Fall funktioniert. Okay. 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 Ich hab' aber verkackt. Ah, jetzt da. Da, genau. Passt. Die hält die Fische eigentlich ziemlich fern. Machen wir den Raptor wieder mal weg. Hintreffer. Okay. Sehr schön. Gute Arbeit mit dem Zurückhalten von den Viechern. Nein. 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 Habe die Stahlhaut doch nicht gebraucht. Das ist eine fette Halle hier. Ich hoffe, dass ich überhaupt was machen kann. mal auf da rum zu klitschen. You don't say. Warte Beleuchtung haben sie schon mal. Oh, ey. Kann ich nichts machen? Bin ich umsonst die Reinstahl gestolpert? Ich hab' alles verballert, was ich habe. Ja. Schaut nicht klein aus hier. Interessant. Elixbeutel haben sie hier schwarz gebrannt. Daran haben sie sicher Experimente gemacht. Ja, ich glaube, ich hätte hier nicht reingehen sollen. Da fehlt mir wahrscheinlich noch Wissen, dass ich die abschalte. Das Mozzellen kriegen wir. Ich schätze mal, ich bin umsonst die Reinstahl. Oh je. Okay. Ist da jemand? Da ist tatsächlich jemand. Ey, ne. Kannst du mir Auskunft geben? Ich glaube, ich habe mich ein bisschen verirrt. Ich habe keine Auskunft gegeben. Schieß. Was hat das? Dietrichs. Okay. Sonst noch irgendwas hier? ich dass er dies dass es wahrscheinlich ist was faltest du Ok passt, ich kann noch mal fett Munition sammeln für alles, nachdem ich mich hier rumgespielt habe. Einzelne Pfeile, juhu. Und das ist auf jeden Fall riesig hier. Rimmlaut schon wieder was. Ist ja gefährlich geworden. Ist ja der Punkt plus Elex? Mhm. Oh, die Zelle. Einzelstückchen Munition bringen mir ja nichts. Führe mich zu Loot. Ich schätze das wird nur der gleiche Weg gewesen sein. Ein bisschen Loot liegt hier oben. Führe weitere Viecher. Es wird wieder gefeiert hier drin dann. Ohhhh. Ok, ok. Wir stellen uns Sachen ein. Ohhhh. Was wird das noch schnell? Maximal aus der Größe Knacken wird mir jetzt nichts helfen. Allgemeines Gegenmittel. Vier. Leistung. Ja, 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 ja. Sonst haben wir ja nichts mal entscheidet hier. So viele Waffen. Und fast keine Muni mit mehr. Ok, ich bin bereit. Warte mal. Ich muss nur in die richtige Richtung mal rennen. Hier, hier entlang. Was habe ich getrunken? Habe ich mir das jetzt reingezogen? Nein. Ach, hab ich mir das reingezogen. Das war's. Hm. Hm. Zu wenig Stims, dass ich mich daraus kenne. Uh, big splashes. Tschüss. Ich stecke nicht ineinander. Oh, ich klitsche mir oder die Gegner zurecht. Krass. Krass. Das schaut nach Main Rum aus. Da können wir auf die andere Seite noch schauen. Wo ist die Überloot? Bring mich zu Lohn. Hm. Weg zurück, Kass. Oder waren wir hier schon mal? Hier waren wir noch nicht. Ob das der Hauptraum ist. Schaut nach einem schnellen Weg raus. Schaut nach einem schnellen Weg raus aus. Schaut nach einem schnellen Weg raus aus. Ach. Ich bin vor viel mehr Action wie bei den Elex-Türmern. Was eigentlich schon ziemlich gut ist. Schaut nach einem fetten Spinnenturm aus. Jetzt habe ich nicht wo gesehen. Das war ein Hetzer. Und die Hetzer-Kavallerie kommt schon. Oh, das ist kein guter Gangbang für Mira. Eins hätte nicht lange ausgehalten. Achso, steht noch anscheinend. Wo ist der Hetzer-Boss? Gute Arbeitsmittel. Tschüss. Das sind ja überall welche. Uh. Oh. 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 Junk 1 gegen 1. Oh. Oh je. Okay, ich hab den überlebt in der Zwischenzeit mal. Okay ich hab ihn überlebt in der Zwischenzeit mal. ok, da ist der nächste oh je, oh je ausgetrickst holt du nicht deine Scheidewaffe raus fettes Teil fettes Teil hier das geht gut ich will auch hoffen, dass die Gegner auch sind ich schätze mal ich werde mich durchschießen müssen oh boy vielleicht probieren wir es einfach wir hängen reinhupfen nein ich komme da nicht mehr raus ok einhupfen ist nicht die Lösung aufgehen reinkinkeln oh je, ich habe die Kavallerie auf mich gehetzt komm rückzug mädel trink deinen Drang principle oh, wir werden uns jetzt einen fetten 1 gegen 1 kampf gönnen coole Rüstung aui oh, die Verstärkung ist da recht für dich ich werde gleich zurück super kickt wird das deine Jungs nicht kommen an was hier war Chills oh, was hast du für ein Schwert hier klinge auch nichts besonderes ok, da sind noch sind noch ein Haufen weiße Kuratoren da, da chillt schon einer oh wow der chillt wirklich extrem schieß ihn weg, mädel oh, Mist nice ok, gehen wir diesmal den ganzen Weg rundherum da lebt ja noch was ah, Mist verlasst mich nicht schnell speichern nein auf mich ans schießen zu wollen guter Super Kick der oben leben auch noch mein Wasser ist schon bald leer oh ich glaube den Circle renne ich umsonst das geht runter auch noch verdammt da ist schon die nächste Runde lass mich doch speichern nein hör auf mich nicht anschießen zu wollen Mist 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 Rückzug taktisch nein 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 mirror ah Mist was brauche ich jetzt für den Granatwerfer mehr Stärke Mist das ist das ist das ist das ist Wenn ich so heile und süppig treppen, dann war es das trotzdem. Ich habe schnell sprechen können, ein guter Anfang. Was daneben? Was sage ich? Was sage ich? Was sage ich? Was sage ich? Hör auf! Das geht doch! Nein! Nachkampfwaffe! Nachkampfwaffe! Sack dich! Da haben wir noch ein paar Lästige auf der Stiege! Stiege runter auch noch ein paar Lästige sind! Was ist das für ein Schaden? Der Schadentyp sagt mir gerade gar nichts! Null Kanaten! Wo ist meine Raketen? Wer war auch Null! Mein Shotgun wieder! Ja! Ja! Donut? Da ist meine Raketen. Ich habe gerade die Granate geworfen. Du kriegst auf Nuss. Oh, ich kriege auf Nuss. Nein, falsch, 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 falsch. Die Waffe. Verrückter. Oh. Oh. Oh, wow. Ich sehe, es ist dann noch einer oben. Mist. Scheiße. Genau. Und jetzt? Nichts. Alles umsonst. Alles umsonst. Alles umsonst. Oh, je. Was brauche ich denn da drin? Was kann ich noch? Realität. Was ist das? Da fahren wir einfach alles rein. Frost wird es nicht sein. Gift wird es auch nicht sein. Feuer auch nicht. Stallung. Glaube ich auch nicht. Fluten. Nee. Nee. Auf wir mal. Ich glaube, ich bin umsonst hier unten. Das geht nicht lange gut. Ja. 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 Es ist vorbei. Oh. Okay. Ah, ich muss noch mal kämpfen. Speichern kann. Ich muss noch mal kämpfen. Scheiße. mit der... Mit der... Ja. Ich habe keine Ahnung, was ich hier noch tun soll. Ich schaue noch, ob sich bei der anderen Tür was getan hat. Oder mit dem Strahl in der Mitte. Aber ansonsten bin ich fertig hier. Das hört nichts aus. Okay. Danke fürs Zuschauen. Episode. Hier. Vorbei. Spezial Episode. Hier. 這 ist nur ein in Ordnung, Vielen Dank.